Elif, ist das unser Flugzeug? Wir gehen jetzt mit einem Wasserflugzeug auf unsere Insel. Ja Elif, da sind unsere Koffer drin, der blaue ist meiner. Das Flugzeug ist so klein, ich kann nicht mehr. Sorry, wenn das Flugzeug nicht abstürzt. Leute, ihr müsst euch vorstellen, es gab keine Klimaanlage. Das einzige, was wir hatten, war dieser Ventilator. Der hat gar nichts gebracht, okay? Ich dachte, dieses Wasserflugzeug wird nicht so hoch fliegen. Das ist irgendwie nicht so in Erinnerung. Aber Leute, wir sind so hoch geflogen, es ist wie ein normales Flugzeug. Leute, es hat so gewackelt, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das Abschluss so ein Schlimmste war, der Pilot hatte nicht mal Schuhe an. Es tut mir leid, ich habe mich gar nicht sicher gefühlt. Aber Leute, wir haben dann einfach unser Hotel gefunden. Einer von diesen Wasservillas ist unsers. Ihr versteht nicht, das Hotel ist einfach viel geiler, als das, was wir letztes Mal hatten. Wenn euch eine Roomtour interessiert, dann kommentiert gerne ein blaues Herz, wenn nicht, dann ein rotes Herz. Dann weiß ich Bescheid, aber ich bin so aufgeregt.